Yo Leute was geht ab? Ölertv ist wieder am Start! Mit? Im Demo! Yeaaaay! Egypt Paradise! Und? Marco! Ich bin Marco! Ich schick dir die Sehne! Ich bin Marco! Ja genau! Ich bin Marco! Wir machen hier eine Challenge! Die heißt Whisper Challenge! Genau! Wenn ich es richtig ausgesprochen habe! Wir haben Whisper Challenge! Genau! Ganz einfach wir machen Teams! Ich und Marco! Du und? Egypt Paradise! Ich hab mir schon voll die geilen Namen gewollt! Team Endemo gegen Team Öler! Wow! Scheiße! Okay! Let's go! Team Nummer 1! Ich bin schwul! Hi! Ich bin schwul! Fast! Ich bin schwul! Ich bin schwul! Ich bin schwul! So mach! Endemo! Die Musik ist ausgegangen! Ich hab den Stecker rausgezogen! Jetzt go! Wasserfälle sind schön! Wasserfälle sind schön! Wasserfälle sind schön! Wasserfontaine im Alp? Das hab ich wahrscheinlich... Warte. Wasserfälle sind schön. Ich verstehe nur Scheiße. Wasserfälle sind schön. Ich habe nur Wasser verstanden. Affen tippen mega geil. Affen tippen mega geil. Irgendwas mit geil. Das stimmt. Affen tippen mega geil. Tippen sind geil? Keine Ahnung. Affen tippen mega geil. Ey, da war wohl fast. Irgendwas mit Tippen und geil. Keine Ahnung. Regenbogen sind süß. Reger... Regen... Sag nicht. Regenbogen sind süß. Regenbogen sind süß. Regenbogen sind süß. Regenbogen sind süß. Inzucht Kinder. Inzucht Kinder. Ich komme kurz. Ich komme. Ich komme kurz. Ich komme hart. Ich komme kurz. Ich komme kurz. Ich... kurz. Kurz. Hund. Kurz. Ich komme kurz. Ich komme kurz. Ich komme kurz. Ich komme hart. Hund. Ich komme. Ich komme. Dann würde ich sagen. Das war's. Die wahren Sieger sind natürlich Team Oehler. Team AIM hat leider verloren. Und... Also. Drei. Dassel would ich? Das war's. Ich komme dir hin. mehr, mehr, mehr. Perf? Perf! Perf!